Das ist für mich mal eine ganz andere, aktive und ehrenamtliche Parteiarbeit, die ich hier heute leisten kann. Und ich freue mich unheimlich drauf. Ich darf heute hier die Mitgliederanstalt mit auszählen und bin ganz gespannt, wie viele verschiedene Menschen ich treffe, die das mit mir gemeinsam heute machen dürfen. Ich bin jetzt seit 18.30 Uhr hier, es ist jetzt so 22.30 Uhr, aber wir haben jetzt schon Genossen aus ganz Deutschland kennengelernt, aus Kassel, aus dem Harz, aus München. Also die Zeit hat sich auf alle Fälle bisher auch schon gelohnt und jetzt auszählen bin ich gespannt. Also es ist 5 Uhr morgens, ich bin schon über 12 Stunden auf den Beinen. Ein klein bisschen müde, aber immer noch frisch. Weil es natürlich fürs Wohl der Partei und auch fürs Land ist. Demokratiebegeisterung, dabei sein, wenn es passiert. Wir machen Geschichte für die Partei, das ist ein gutes Gefühl. Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.